Ey, was soll ich nicht mehr? Wenn ich ne Holzachse hab, bin ich Babo, Alter. Der braucht schon gutes Zeug. Da sind wir wieder zu einer Folge. Oh mein Gott. Oh, ich hab wieder Krebs bekommen gerade. Ich hab ja für meine Mutter das PC gemacht. Das ist so schrecklich. Kennt ihr das auch? Ich muss immer hier ein PC machen. Habt ihr wahrscheinlich auch alle zu Hause Tune-Ups und so ne Scheiße, ne? Das ist so schrecklich. Ich find das nervig. Keine Ahnung, warum meine Mutter auch so ne Scheiße auf dem Computer immer hat. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Die kann das. Der geht da hoch. Deswegen lassen wir ihn auch mal da hochgehen, denn wir haben keine Waffe. Scheiße, ich dachte, ich hab ne Waffe. Nein. Oh nein. Ich hab keine Waffe. Fail. Ich dachte, ich hab ne Waffe. Hab ich nicht eben ne Eisenachse oder so rausgenommen? Aber er ist wieder verschwunden einfach, ne? Oh nee. Schnell zu meinem Haus. Ich hoffe, das ist noch nicht da. Da ist noch keiner. Ich hoffe, da ist noch keiner. Nicht da lang gehen, bitte. Nicht da lang gehen. Nein, nein. Geh weg. Da ist schon einer drinne. Scheiße. Ich werd verfolgt. Ich werd verfolgt. Kämpft. 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 Ja, das macht ihr gut. Rein, 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 rein. Waffe. Ja. Okay, ich esse meinen Goldapfel. Stürb doch, Alter. Ah, da muss ich mich kurz konzentrieren, Leute. Alter, Alter, Alter. Alter, mein Leben. Moment, ich musste mal eben kurz darauf klarkommen, dass ich, boah, was für ein Glück wir hatten. Wir waren verfolgt und dann, die ging echt nicht tot, du, ne? Die hatte, hatte die nicht einen Helm? Nee. Noch ein Goldapfel, ja. Kurz eben, kurz, einmal kurz sammeln. Ein Goldapfel haben wir wieder. Wir haben eine Eisenachse. Oh. Eisenachse haben wir wieder. Einen Helm bräuchten wir. Hattet ihr hier keinen Helm auf? Ich keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht wieder. Obwohl, ah, da ist ein Helm. Ich kann ja gleich... Oh, ein Diamant. Wir können uns ein Dings bauen. Ein Dierschwert. Wie schön ist das denn? Wir gehen nochmal kurz zurück, aber diesmal auf sicherem Wege. Ohne uns hier zu selbst morden, sag ich mal. Einmal Feuerwaggen. Wo könnt ihr hier denn... Ist hier vielleicht auch schon mal irgendwo... Da lag ja ein Diamant schon. Jetzt haben wir drei. Ne, doch ein Helm. Wusste ich's doch. Au, Herr. Eintritt haben wir auch noch. Goldapfel. Von dem Stand her sind wir eigentlich noch ein Diamant. Überall Diamanten. Jetzt hab ich vier Stück. Überall Diamanten, Leute. Aber erstmal müssen wir die bei allen bauen. Erstmal baue ich ein Schwert. Ja, das ist mir wichtig. Äh, ran da. Endlich. Endlich. So. Jetzt haben wir ein gutes Schwert. Das vollzieht nämlich auch nochmal mit. Wir haben so viel Zeug jetzt, ne? Hä, ist da keine Truhe drin? Okay. Sonst ist da immer eine drin. Was haben wir da? Was haben wir da? Das ist tatsächlich irgendwo in die Richtung. Aber ich bezweifle, dass es jetzt genau da drin ist. Sondern eher dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Da im Kino oder so. Wir gehen mal in die Richtung. Ich geh da mal weg. Ich hab da auch keinen Bock großartig in die Villa da zu gehen. Mein Fernseher wollte sich ausschalten. So. Wir haben Heiltrecke. Wir haben Goldapfel. Wir haben Feuerzeug. Wir haben Pfeile. Zwei nur. Ja, das ist nicht so gut. Aber wir haben eine Angel. Und wir haben Diaschwelle. Eigentlich sind wir gut equippt. Nur bräuchte ich noch bessere Schuhe und eine Brustplatte. Vielleicht finden wir jemanden, der spendabel ist. Der ja noch eine Eisenbrustplatte für uns über hat. Wäre auf jeden Fall geil. Da kämpfen welche. Hey Jimmy. Hey. Hey. Hey Jimmy. So. Hi. Hat das denn eine Eisenbrustplatte? Bin ich doof? Nein. Aus. Der hat aber eine Eisenbrustplatte, ja. Der wollte mich angreifen. Habt ihr das gesehen? Voll der gemeine Typ. So. So viel Zeug. So viel schönes Zeug. So viel schönes Zeug. Wir brauchen aber noch die Schuhe. Die langen Schuhe. Genau. Hätte ich auch gerne. Hätte ich auch gerne. Hätte ich Schuhe. Danke. Ich hab mir ein Feuerzeug weggeworfen. Oh ne. Dann lass es halt da liegen. Hallo. Hallo. Ah. Jetzt rennt er weg. Bleib da stehen. Autogramm. Foto. Screen. Der will kein Screen. Ich merke schon. Der will kein Screen machen. Ah. Na gut. Da sehen wir uns gleich im DM, mein Freund. Hab nix. Der muss sich ja trotzdem töten. Oder soll ich dich in Ruhe lassen? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich fress jetzt schon mal den Goldapfel. Einfach mal safety first. Auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht. Na 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 na. Okay. Der ist tot. Ah. Oh. Come on, baby. Come on, baby. Ach komm. Ach komm. FFA. Ja, wir sind nur noch wir beide. Du Beppo. Komm her. Komm her. Ich hab angelt. Ich hab angelt. Ha. 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 Ich mach Zielübung. Ha. 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 Ah. Okay. Ah. 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 Ich kreif dich. Ah. Stirb. Er ist unbesiegbar. Der hackt doch. Der hackt. Der hackt. Der hackt. 100 pro hackt der, Alter. Warum hackt der? Man. Der ist unbesiegbar. Voll scheiße. Nein, okay. Ich bin mein Name war nicht. Das ist so. Ja, keine Ahnung. Die anderen hatten jetzt nicht so geiles Equip, leider. Aber was nervt ihr? Ja, was habt ihr? Stört ihr. Das war Dreck. Das war wirklich nur Dreck. Äh. An der Runde können wir noch anhängen, natürlich. Brezel Island. Wollen wir Halloween spielen? Eigentlich spiele ich ja keine Maps, die ich nicht kenne. Aber jetzt haben wir so eine schöne Runde gehabt, da können wir so mal Halloween spielen. Auch wenn ich die Map gar nicht kenne und die Lobby laggt. Können wir Halloween spielen? So toll. So toll. Mr. Morgan im Herz hat einer geschrieben. Schleimer. Schleimer. Oh, hä. Was ist das? Kenn ich gar nicht. Ist die einfach nur für Halloween da? Aha, da sind schon mal Truhen in der Mitte von der Tette. Ist Mr. Moor drin, ne? Warum hat der das D groß geschrieben? Egal. Ich bin draußen. Äh, Truhen, Truhen, Truhen. Ah! Ah! Ich habe eine Holzachse. Ich will nicht mehr. Wenn ich eine Holzachse habe, bin ich Babo, Alter. Er braucht schon gutes Zeug. Wenn man eine Holzachse... Oh. Das ist ein bisschen Ausrüstung. Zu unserer dollen Holzachse. Ne, da sind mir zu viele Menschen. Können wir weggehen? Überall Menschen hier gerade am Fight denn. Aua, aua. Ja. Mit einer Holzachse gegen nichts. Keine Ahnung. Ah! Bin auch raus. Ich mag die Map nicht. Die ist mir unsympathisch. Einfach, weil ich sie nicht kenne. Müssen wir erst mal privat gucken, wo überhaupt welche Truhen sind. Ah, Team Esquise, Eye of Horus. Ja. Wenn das mal gehen würde. Aber komm, Elektrizität, wie kacke. Da ist er mit einem S für super Nachmacher. Mit einem S für super Nachmacher. Äh, ich bin der echte. Ich bin der echte, Leute. Favorit, Abo. Wo rennen wir hin? Da hinter uns. Da müssen wir auf jeden Fall immer wieder rum im Kreis. Das ist ja meine Route hier. Da sind nur hässlige Menschen. Und da sind Drohnen. Drohnen! Ein Schluck Energy. Dann schalte ich jetzt nämlich um. Jetzt geht's mit mir los. Richtig nice. Schon mal ne Eisenhanisch, ne? Immer weiter. Jetzt rennen wir einmal in unserem Kreis da. Kommen wir sicher mit Glück gleich ne Waffe, ne? Normalerweise verfolgt mich auch immer einer. Ich hab meistens mal einen Gegner hier. Aber normalerweise hatte ich bisher auch immer ne Waffe am Anfang. Wahrscheinlich ist gerade hinter mir auch wieder einer. Nö. Aber ich seh auch gerade noch keine Truhe. Äh. Ich hab normalerweise, wenn ich jetzt schon hier bin, zwei Truhen geplündert. Die Reineckers auch nicht da. Was ist denn los? Haben sie die heute entfernt, oder wat? Ah, der spielt wieder. Machen wir halt mal seine Route kaputt. Da ist, äh, Feuerzeugen, Kompass. Aktuell nicht so geil, ne? Hier die Truhe ist aber auch... Nein! Alter, die haben... Keine Truhe ist da. Was ist denn los? Ah, hier ist noch eine. Keine Truhe war da. Wat, 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 wat dann? Wat, wat, hä? Ja, ich hab mal einen Heiltrank, ne? Trotzdem ärgerlich gerade, dass da Ehrlich gesagt Fast keine meiner Truhen da war Normalerweise ist die Route ganz cool Bisher hatte ich da immer positive Erfahrungen So schnell kann das gehen, Leute Da ist ja mein Steinschwert So Da war ja schon oben, glaube ich, einer In die Richtung müsste irgendwo einer rumhampeln Au Da, ich sehe da sogar einen Namen Da müssen wir irgendwie versuchen, mal hinzudackeln Ah, hier war noch keiner dran Das ist geil Das ist nice Richtig nice Da soll einer sein hinter mir, da unten Aber wie komme ich da hin Hatte jetzt nicht gerade das beste Gear, ne Nicht das beste Gear Hatte nicht das beste Gear, ne Wenn man nichts hat, hat man halt nicht das beste Gear Das ist eine Weisheit, die müsst ihr euch merken Oh Wo kommt der denn her Oh, da sind zwei Einmal heilen Ach, es ist ja Themen hier erlaubt Das habe ich voll verpeilt Alle beide angezündet Aua, jetzt schießen die mich ab Einmal wieder heilen Ja, den haben wir Ja, erstmal festhängen und fast verrecken noch dabei Ich bin stecken geblieben Einfach in der Luft Habt ihr das gesehen? Das war irgendwie komisch Ah, naja Einmal Heilung Äh, nee, nicht Heilung Äh, EP Ah, naja Erstmal sollten wir ein bisschen Leben regenerieren Wie du, ne Ach, es geht gleich DM schon Alter Falter Noch ein paar Feuerzeug Noch ein bisschen Feuer haben wir Ja, dann müssen wir versuchen mal so viel wie möglich Bis zum DM zu recken Einfach nur Damit wir nicht ganz scheiße dastehen Da muss ja nur einer mit einer Dia-Akt sein Oder ein Eisenschwert Oder ein Dia-Schwert Dann werden wir eigentlich schon unterlegen Vor allem wenn der Volliron wäre Da muss ja nur ein guter Ball sein Dann sind wir halt echt schon Nicht mehr gut dabei, sag ich mal Ja Hm Äh, es geht los in 3 PL ist fair Ja, erlauf dich Ist doch fair, oder? Große Arena Weil es lange geladen hat Äh Ach, in der Mitte ist ja ein Dia-Schwert Hab ich wieder voll vergessen Aber wo? Hab's Hab's gefunden Oh, ich werd beschossen Das ist nicht so schön Oh, da ist einer mit guten Stuff Da oben Mit dem Bogen Ja, stirb doch Weggekommen Hatten keine Chance In die Arme Dust Hellig Jollig Das stand doch vor mir Hat mich geschlagen Aufnahme 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 Auf Ne So, wir sehen uns dann 20 Minuten In der nächsten Folge wieder Zu nochmal Cut Ah, und guckt Bad Wars Das ist Das ist